Mein Ort der Energiewende ist natürlich ein Labor. Heute hier das Labor des Helmholtz-Zentrums in Berlin, wo den Wissenschaftlern etwas sehr Interessantes für das Thema Energiespeicherung gelungen ist. Mit dieser einfach strukturierten Solarzelle wird es möglich sein, technologisch interessant, Wasser zu zerlegen in Wasserstoff und Sauerstoff. Und ich denke, das ist wieder ein Schritt, unter Umständen ein sehr wichtiger Schritt, auf dem Weg für eine zukünftige Energieversorgung, die wir wollen, die soll natürlich sicher sein, die soll bezahlbar sein und die soll vor allen Dingen auch umweltverträglich sein. Eine nachhaltige Energiewende muss so strukturiert sein natürlich, dass die Ziele, die wir uns gesetzt haben, erreicht werden. Aber natürlich müssen wir auch gucken, dass die Landschaft nicht überdimensioniert belastet wird, dass die Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden. Und das Ziel muss sein, dass wir zeigen, dass Deutschland als Industriegesellschaft ein Modell wird für eine postfossile Industriegesellschaft. Und das ist das Ziel. Die aktuellen Herausforderungen der Energiewende liegen in einem ungesteuerten Zubau der erneuerbaren Energien, einer notwendigen, besseren Abstimmung des Netzausbaus, der auch auf eine bessere Akzeptanz in der Bevölkerung stoßen muss, und konventionellen Kraftwerken, die am Rande der Wirtschaftlichkeit laufen. Diese verschiedenen Punkte miteinander zu verbinden, das ist die nächste Herausforderung der Energiewende. Das, was sich Deutschland vorgenommen hat, die Energiewende wirklich zu gestalten, das ist nur möglich, wenn Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, alle Akteure zusammenarbeiten. Und deswegen haben wir das Forschungsforum Energiewende gegründet, um das zu ermöglichen. Und ich denke, dass aus diesem Forschungsforum für die Politik wichtige Impulse kommen werden, unabhängig von Wissenschaftlern, gut begründet. Und darauf warten wir alle und wollen uns aber auch beteiligen. Wissenschaft und Forschung werden einen ganz entscheidenden Beitrag zum Gelingen der Energiewende liefern. Wir brauchen Innovationen, neue Technologien, damit die Energiewende ein Erfolgsprojekt wird. Das Akademieprojekt kann hier einen ganz entscheidenden Beitrag liefern, weil wir dringend eine bessere Abstimmung brauchen zwischen Wissenschaft und Forschung auf der einen Seite und Politik und Wirtschaft auf der anderen Seite. Für die Energiewende ist es zentral, dass wir in Innovationen reingehen. Natürlich haben wir noch nicht alle Techniken zur Verfügung, aber ich bin ganz sicher, dass der deutsche Ingenieur sie im Laufe der Zeit entwickelt und dass wir sie schnell anwenden können. Das wird ein riesiger Vorteil sein für den Standort Deutschland. Ob es etwa um Fragen der Energieeffizienz oder Speichertechnologien, um Nachhaltigkeit oder Kosten geht, die Gesellschaft erwartet von uns möglichst schnell Antworten. Unser oberstes Ziel muss aber die Qualität der Ergebnisse bleiben. Dabei verstehen wir unsere Arbeit als iterativen Forschungsprozess, der immer wieder die besten Antworten auf sich ändernde Randbedingungen findet. Nur dann können wir die Dynamik des Energiesystems erfassen. Eine erfolgreiche Energiewende ist natürlich auch ein gutes Beispiel für den Industriestandort Deutschland. Neue Technologien, die sich am Markt durchsetzen, all das können auch Exportschlager für die Zukunft werden. Wissenschaft und Forschung werden hier einen entscheidenden Beitrag haben. Wir stehen vor dem Brandenburger Tor, das Symbol für Wende, für die Wiedervereinigung. Aber das Brandenburger Tor ist auch das Symbol, was erreicht werden kann, wenn Menschen Veränderung wollen, dass eigentlich das Undenkbar erreicht werden kann. Und das ist auch das, was wir der Energiewende bezwecken. Wir möchten, dass wir uns in 25 Jahren nicht mehr vorstellen können, dass wir von nuklearen und fossilen Energieträgern abhängig waren. Genauso wie wir uns vor 25 Jahren nicht vorstellen konnten, dass es ganz normal ist, hier durchzulaufen. Um die komplexen Zusammenhänge in Energiesystemen bestmöglich zu verstehen und um neue Impulse zur Bewältigung der Energiewende zu geben, bringt ACATEG zusammen mit Leopoldina und der Akademienunion über 100 hochrangige Experten aus allen Wissenschaftsbereichen zusammen. Die Komplexität unseres Unterfangens ist also, wir suchen nach dem besten Weg für ein sich wandelndes Ziel. Die Komplexität unseres Untergangens ist also,